Ja, eine Reihe. Dafür reicht mein Bodenpläum... ...nicht. Man hört deine Maus, und zwar übel. Noch nicht mal. Doch. Die hör ich noch nicht mal. Also ich hör deine Maus richtig heftig. Wahrscheinlich weil der Mikro direkt neben deiner Maus liegt, ne? Nein. Ich hab ein Headset und die Maus ist an meinem Hand. Und deine Hand ist neben dem Headset. Nein. Die liegt mir in der Tastatur auf der Maus. Was soll ich jetzt machen? Das ist fertig. Na ja, dann wieder Holz drauf. Zwei. Und dann kommt wieder Dingsholz. Nein, dann ist fertig. Dann kommt ein Dach. Wow. Wow. Janis. Ja. Wie geht's dir? Scheiße. Äh... Meins wirklich, dass unsere Kommentare so unterhaltsam sind, dass sie sich die Scheiß-Videos angucken. Weiß ich nicht. Ich sag mal mal. Wieso guckt die denn sonst eine Videos? Nein, sie gucken, meistens die PES-Videos, sie sind einigermaßen beliebt. Hast mal Minecraft gemacht? Ja. Wie viele Klicks hatten je? Pff, mittlerweile so... Weiß ich nicht, hundert oder so pro Video. Oh... Das sind... Das ist nicht so viel. Nein. Für mein... Äh, bla bla bla, kill the tiger und look simulator nicht. Aber bla bla und... Aber tun weil der kill the tiger haben sich nur engen lange geguckt. Und da hat so enges Kommentar geschrieben. Ja. Ja. Opfer. Was soll... Leckt, 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 leckt. Und mir fehlen gleich genau vier wooden Planks. Kannst mir vielleicht vier wooden Planks auf die Füße rotzen? Sorry, ich hab daraus jetzt nicht Kiste gemacht. Pff. Da. Und du hast jetzt nichts mehr. Doch. Kannst mir nicht viel geben? Ich hab auch... ...ungefähr 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und daraus jetzt eine neue Kiste entstanden. Die daneben steht. Musste das sein? Ja, ich wollte dich nur ärgern. Hast du jetzt noch was? Wie viel? Vier. So viel? Ja. Ne, so viel hab ich nicht. Schau, ne, lustig wäre. So viel hab ich nicht. Gefähr. Ich hab nur ein. Shit, was wir gehen. Oder du hast noch einen und ein paar Stacks. Nein. Da, ich füttel das Täubchen mit Brot. Ja, bock, 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 bock. So, und damit ist der Boden offiziell für dich. Machen nicht wieder kaputt. Ich hab dich kaputt gemacht. Ich brauch noch zwei Holz. Bis auf einmal zwei. Weil ich hier die Tür vergessen hab. Nein, das letzte mach ich. Dam, 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 da, 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 da. Geh da raus oder ich schlag dich. Das wird nix. Nein. Junge, du bist schuld. Immerhin hab ich sie nicht. Gib mir... Du bist auch... Du bist auch toll. Sieht auch geil aus. Du hältst. Du hältst. Mann, jetzt... Die passen doch nicht. Meine Tür. Geht doch. So, und jetzt, zack. Tada! Ist es nicht wunderschön, Leute? Wunderschön. Und wir sollten vielleicht hier die noch hochziehen, Karl. Oh man, das Plugin ist gleich drin. Hör, was? Kannst du die Dinger hier noch hochziehen? Welche? Die hier. Mit den gleichen Dingern. Oder gib mir einfach bitte ein bisschen Holz. Also zwei Dinger schaffe ich. Mehr nicht. Mehr Holz hab ich nicht. Dann baue ich grad ein bisschen was ab. Fertig. Stimmt doch gar nicht. Du lügst mich an. Ich hab kein Holz mehr. Bist du weg? Ja? Bist du weg? Jetzt bin ich fertig. Nicht ehrlich, oder? Hä? Nicht ehrlich, oder? Doch, ich bin fertig. Kannst du gucken, komm. Ich komm jetzt auch gucken. Wo war unser Haus? Da. Ja, gute Frage. Gute Frage, nächste. Bist du doch gar nicht fertig? Ich weiß, ich wollte dich nur ärgern. Das ist gelungen. Geil, wir brauchen noch vier. Ja, ich dachte, wir als Holz sollen gehen. Ja, ich dachte, wir als fertig. Hab ich das gesagt? Ja. Oh. Warte, ich hol's gerade. Eins, zwei. Na komm. Drei, vier. Erster, 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 erster. Nein. Nein. Ich bin erster. Ich hab den falschen Baubon gewollt. Ist Birka gewollt. Ey, das war meine Birke. Da hast du das Holz, was daraus entstanden ist. Ey, ich will die Birke nicht, das Holz. Gott, Glückwun. Junge. Gib mir die Birke. Ich hab die nicht mehr. Was machst du, wenn ich aus Hungersnöten sterbe? Freund. So, und nett bist du. So, ähm, wir bräuchten mal ein bisschen Sand für Glas, also für Fenster und so. Wieso brauchen wir Glas? Für Fenster und so, wie ich schon sagte. Sowas komisches machen wir. Und wir bräuchten vielleicht auch mal ein bisschen Eisen. Ich hab Kohle. Ich will Eisen. Ich will Sand. Du holst Sand, ich hol Eisen, okay? Ja, okay, zwei Stacks. Zwei Stacks reichen erstmal. Ja, zwei Einer-Stacks. Nein, zwei 64er-Stacks. Soll ich am Viertel nach rausgehen? Bitte nicht. Das ist doch erst in fünf Minuten. Eine kurze Frage. Stellen wir das wirklich hoch? Ja. Wirklich? Ich stell's so. Echt? Mein Kanal ist eh Krippel, also. Weil ich hab echt keinen Bock, das gleich zu rendern. So lange dauert das nicht. Stimmt, ich mach's in schlechtester Qualität. Ich mach's 1.80p. Viel Spaß. Danke. Wahrscheinlich auch noch 100%iger Qualität. Klar, damit die User sich sehr schön toll angucken können. Ich mach so viel Aufwand für die, ich hab dieses eine Flugsimulator-Video... Nein, weil ich, es war das mit auf 1.80p. Nein, das war Karuko 97 und der Zockfall 97 spielen Keyboard. Ja, hab ich schon eine Rende anlassen. Ja, was machen die? Gucken sie sich nicht an. Wer, die? Beleitigst du jetzt schon wieder unsere Zuschauer? Ich neige dazu, ja. Hallo, Zombies in der Nähe? Ja, ich. Oder Endermans? Ach ja, die gibt's ja auch. Das Lied hört sich genauso scheiße an. Okay, also hör auf. Wow, das war ein Tritt in die Eier. Hast du welche? Wo, das war ein weiterer Tritt in die Eier. Aber der war noch heftig. Die krieg ich sonst sehr in die Sprüche, ja. Nein! Stimmt überhaupt nicht! Ernsthaft, das stimmt nicht! Wieso mach ich das mit der Spitzhacke? Geh, scroll da weg! Und es leckt! Leggy, leggy! Wie wär's, wenn du mir einen vernünftigen Computer kaufst, wo es nicht lackt? Du weißt schon, dass es nicht am Computer liegt? Doch! Woran denn sonst? Jetzt sag ich an deiner Internetverbindung oder so, scheiß! An meiner Grafikkarte. Die ist scheiße. Ja, kauf dir einen vernünftigen Computer mit einer vernünftigen Grafikkarte. Wieso kauf ich mir dann nicht einfach eine Grafikkarte? Eine vernünftige und nicht gleich einen neuen Computer? Ja, dann kauf dir eine vernünftige Grafikkarte. Ich hab kein Geld. Wieso? Vernünftige Fangung ab 300 Euro an? Ja. Morgen, viel Kohle. Oder kauf dir so eine wie Moritz. Jetzt hast du seinen Namen gesagt. Wow, ich hab schon mal ein Projekt mit ihm gemacht. Außerdem weiß man eh nicht, welchen Kanal er grad benutzt. Ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Doch, ich weiß es. Ich nicht, weil seine meisten Kanäle gelöscht sind. Ich muss es ja wissen, sonst könnte ich die Wette gar nicht gewinnen. Für die, die es nicht wissen, wir haben eine Wette am Laufen, dass er es nicht schafft, hintereinander 20 Tage lang Videos hochzuladen. Jeden Tag ein Video hochzuladen. Aber leider hat Jannis vergessen, ihm zu sagen, wenn er anfangen soll. Ja, und das zieht sich so ein bisschen hin. Anscheinend. Ich wette, er wird es eh nicht schaffen. Er hatte mal 20 Parts beieinander und hat er sie wieder gelöscht. Ah ja, man braucht ja Wasser. Wozu? Bambus. Dazu brauchen wir Eisen, ne? Alright. Darf ich das Radio anmachen? Nein. Darf ich Moritz hinzufügen? Nein. Also, weil wir gerade in der Aufnahme sind. Ich hab nix gegen Moritz. Ganz sicher. Ja. Okay, das Schaf lässt mich nicht raus. Was machst du, wenn ich jetzt sterbe an Überhungerung? Mich freuen. Bist du witzig. An Überhungerung? Überhungerung? Was soll denn der Scheiß nicht sein? Verhungerung. Nein, wie heißt das? Ich sterbe an Überhungerung. Ich bin viel zu gut gefüttert. Das kann man bestimmt. Wenn man zu viel isst, ist es auch nicht gut. Ja, man kann platzen. Nein, das kann man nicht. Dann kommt's oben wieder raus. Doch, der Magen kann wirklich platzen. Nein. Doch, das hat Galileo gesagt. Nein. So, Leute, ich würde sagen, wir haben erstmal ein bisschen geschafft. Das Dach machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es uns ein nächstes Mal geben wird. Bis dahin und... Wieso nächstes Mal? Warte. Was ist denn? Wieso nächstes Mal? Wieso nächstes Mal nicht? Wer macht doch nicht kein nächstes Mal? Okay, Leute, dann war's, dass es kein nächstes Mal gibt, während Karl da schwul rumläuft. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt's ja nächstes Mal. Wahrscheinlich übernächst. Und tschüss.